blöder Mist gib sie ihm tja, aber jetzt werde ich jetzt recht fliehen müssen aus jedem Kampf jetzt habe ich hier gar nichts mehr ach man extra meine Wasserviecher nach oben genommen weil ich jetzt hier noch der Bodenkristalls hatte die, die einfach gegen Wasser anfällig waren und dann das wobei, Kristall an sich ist doch eigentlich immun gegen Wasser, oder? das heißt, wenn die Boden und was Kristalls müsst ihr euch nur neutral Schaden machen aber ich habe ja zweifachen gemacht merkwürdig da muss ja doch neutral sein das Wasser gegen Kristall aber ich kristall ist effektiv ach, ist auch egal so, euch mache ich fertig erstmal den, der hier fällt, so kriege so ist es sicherer bun bun, bun, nimm das zwei Tritte ins Gesicht klopp klopp da muss ja auch nichts mehr definitiv tot jetzt müsste ich nur noch riskiere ich das jetzt mich zu verletzen weil der hat nicht sehr viel Schaden auf mich gemacht ja komm nee, auf ihn das ist super dann mache ich das hier ich müsste jetzt eigentlich einen Lebensbonus kriegen weil ich mit dem, was ich sonst naja, komm, komm ja, ich habe ein bisschen mehr Leben als vorher das ist nicht die Welt das bringt mir nichts aber letztendlich habe ich es so aber ganz ehrlich ich will, dass der, der sich weiterentwickelt weil Montan ist da auch liegt auch dagegen natürlich aber auch kaum zu gebrauchen hier ist es ganz schlimm es scheitert, hatte ich recht das Chinuishorn passt hier perfekt rein hier, ich hatte recht Ebola, es ist offen ich sollte dem Geldmeister der Schmiede berichten ich hoffe, sie können mir helfen, die Narwal zu reparieren die blöden Säcke ja, gut, ne mit dem Idol der Kraft der Liebe ja Scham, nee, komm okay, warte okay, ist egal, was ich sage ist hier noch irgendwas Geheimes? nein schade Hauptsache hinstellen wenn man da hinläuft um was zu erhoffen und dann kriegst du es zu kriegen das ist ein nettes Game Design sehr, sehr nett soll ich vielleicht Feuerheil aber erst mal hier rein und danach gehe ich zum Dingens weil hallo oh, du bist zurück die guten Nachrichten sind dir vorausgeeilt ha 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 die Gbirgbonger hat ihre Arbeit wieder aufnehmen können sie sagen, wir bekommen heute eine erste Eisenlieferung krass, man Narwal reparieren tja, hegt um Ausmaß des Schadens ab das werden wir wissen, sobald wir mit dem Arbeiten beginnen ha ha ich werde meinen Handwerker Bescheid geben dass wir Ärzte und Edelsteins zum Verarbeiten haben wie sehr ich mich danach sehne die Schmiedefeuer wieder zu röhren und die Hämmer wieder in ihr Lied äh, wie der Lied auf dem Blöden Metall spielen zu hören boah, ey wenige Poesie mehr Metallurgie Captain Toure nein ich bin der Schakun von Shipanku was na, ich dachte schon, du wärst getürmt, ey was zum unten drunter hast du dich aufgehalten ich war da eben noch bei dir gewesen da hast du mich ignoriert quasi so also, naja, pass auf also, ich war bei dir und du hast offenbar Gedächtnisschwund du hattest genau eine Aufgabe, Servirov was für ein abgetauschener Spruch Gildenmeister, wie lange dauert das noch, hä? die Narwal ist bereits im Kisivar sein äh, was genau braucht ihr? hm, wie steht's um eure strukturelle Integrität? ein kritischer Schaden in den sekundären Balken schwerer Schaden an der Gondel und an dem Motor aber die Kappe ist größer als in Ordnung und der größte Rahmen hat die Abschutze überlebt hm, bla 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 oh, okay, wir sind jetzt bla 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 das, äh, kriegen wir hin ich würd sagen, für weitere Details werde ich mich von meinem Technik unterhalten müssen ach, sie ist verwundet aber ich kenn die Details auswendig ach, sie liest doch darum sehr viel rauf ich lapiere und kümmere mich drum und du hast andere Aufgaben hm du bist eigentlich dein Eindruck mit Matthias, hä? warst du nicht bei ihm? ach, das ist ne lange Geschichte er, äh, hat jetzt gar kein Auge mehr ach, gib mal ne Kurzfassung das war sie doch schon blöder Husten er, ähm, naja, sitzt im Gefängnis was, warum? er, einfach dieser Blick dazu ok, ich hab mich verschluckt gerade ach so naja, er, äh, ich sag ne Kurzfassung muss ich den rausholen ich, äh, hier geht's nicht um dich so viel rauf echt mal doch, tut's wohl ach, super voll sorry gerade aber irgendwas ist doch vom Gaumen drauf das ist, äh, es kitzelt ganz ekelhaft bäh so, im Käpt'n gibt man keine Widerworte dafür rauf und dann kann man raten ist man auch nicht im Stich er ist zum Kotzen so, ich glaub, jetzt geht's wieder gehen, befreien, jetzt klar mach ich das schon ich bin ja nur am Lauf, am Mach und am Tun ich wollte überhaupt nix, die Olle und ich weiß noch nicht, wo ich hin muss dafür ich mein, ich weiß, dass er eigentlich hier unten war, aber da ist kein Symbol und nix der Hust ist auch noch nicht weg übrigens juhu freu ich mich voll äh ja, könnt ihr mal sehen ich, ähm, trotz allem, äh, nehme ich hier schon auf eigentlich muss ich hier ran obwohl ich noch gar nicht richtig reden kann ich bin ja so ein Held Knastie, ey klingt wie Knastie Knastie so, ähm tja du musst natürlich leveln, ist klar ich geh mal in den Knast jetzt, wo ich sowieso schon mal hier bin und nicht weit weg aber ich da aber weiterkomme ich bezweifle es wenn wir sein eigenes Haus bauen sollen temtem und gestalten kann bla das sehe ich auch irgendwie noch nicht denn bisher geht es einfach nicht immer noch VIP obendrauf ohne irgendwas hallo ja, ich mach schon ach toll aber ich hab doch alles gemacht tja, dann alles zum Ortsausgang wieder hin dann hoffen, dass da irgendwie ein Quest mag, der mich irgendwo hinleiten würde hinleitet meine Güte la 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 ich rede ja nicht ganz gerne Let's Placen aber heute ist mir so reich danach aber ich muss es trotzdem aufnehmen ich weiß auch nicht blöde Verpflichtung für die zwei Zuschauer die jetzt vielleicht gucken wenn es hochkommt wenn es hochkommt hehehe ja ja, der Vergangenheit war das Schönste in der ganzen Sache hier den will ich haben komm, entwickle dich Mannu warte kurz äh öh da wollte schon sagen kann es ja Quest mag, hier wäre ganz schön wenig hier war ich von gewesen, da kam ich da ja rein, stimmt's da ist noch eine allgemeine Quest das war ein Husten ich sage, ich schwimme jetzt mal dahin gehe hier weiter und schwimme dann da weiter bevor ich nur schwimme und dann ich kräftig ausweichen kann oh, schlimm gerade ich habe das Gefühl, ich oba la schweig glaube ich schon ich habe mich das Gefühl, ich muss ein bisschen reden damit der Husten sich ähm bemerkbar macht und sich löst haha so einen schönen Lock und Husten habe ich lange nicht gehabt meine Güte die Tonart der Redenstand, stand die immer schon da? kann man gerade so merkwürdig neu vor aber ist mir eigentlich egal ob wir den Tod gegen, wenn er uns totkriegt zumindest dich totkriegt ja, ich denke schon sah ganz gut aus gut, dass der Verof dabei ist bin ich ja im Prinzip immer bei meinen Let's Plays, logischerweise vielleicht fahre ich doch hier auf dem Seemannsweg den ganzen Weg dann kommen wir nämlich auch zur Ausgabe da unten die ich eh nicht erfüllen werde, aber die ich dann zumindest habe haha, kann ich nicht schaden im Prinzip alle Quests eins zu sagen oh, was kommt mir eigentlich, wenn ich kämpfe jetzt hat ah, du bist keine Quest öh ok, was egal, lass kämpfen haha wie es halt so ist äh das sind zwei Wasserviecher das ist nochmal 5 zu viel für meinen Geschmack äh komm mal du ran und du gib besser, was du kannst ich glaube, Gift kann das sein dann mache ich hier mit ganz guten Schaden denn, wenn wir in der nächsten Runde seinen zwei Leute Angriff machen können und auch seinen Revitalisieren und da kann ich gleich mal eine Sache testen nämlich schon eine Weile interessiert und zwar ob ich, wenn ich jetzt eine von beiden äh eine Runde Warte-Attacken nutze bei der nächsten Runde weg sind ob ich dann die anderen Flossen noch nutzen kann also, zack yay ich kann auch was, um das hier gucken ob das sehr tief jetzt wird, wahrscheinlich nicht ne, aber er ist so toll ach hätte ich aber doch gut kam angegriffen jetzt haben wir quasi diesen Energieschwall ver-verschwendet au 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 ja, das macht mir bald nichts mehr für Schaden weil ich dann auch selber Wasser bin übrigens, ne hey, Dendry yay, level up Siviruf, juhu ja, es geht, super das wollte ich wissen der ist Kristall, oder? ich fürchte ja nee, warte offenbar nicht ich hab den doch schon und ich sehe nicht, dass das Spiel nicht Schaden macht oder aber er ist nebenbei noch irgendwie Gift das kann auch sein egal, erstmal dafür sorgen, dass der da verschwindet denn er könnte mein Minimito vernichten vielleicht das wäre nicht so schön mir auffällt, ich hätte Minimito heilen sollen nicht, mein Dendry schön doof tja aha da ist da nichts effektiv schön Moment, warte ist das äh ich sollte vielleicht auswechseln wobei ich sicher der Level 30 bloß ach komm im Idealfall überlege ich die Runde noch einigermaßen und kann mich der nächsten mit Revitalisieren heilen du ne ach oder so je nachdem geht beides was Grubenwurm du bist Grubenwurm sagen wir mal wenn man die freche ich bin eine Frau toll eine freie Frau so ungefähr verlangt lass mir auch egal ganz klar ich weiß wie rum es geht wird auch meine quest hier dann okay okay ich hatte ich meine fest gewesen hier guck mal warte kurz bin ich noch diesen weg gelang gelaufen obwohl wir den schwimmen da konnte ja nicht schwimmen oder da konnte ja noch gar nicht schwimmen wenn ich aber schon mal hier bin heil mich mal ich soll dich grüßen ja genau das und tschüss ich hatte mal ab jetzt mal guck ob hier was ist tatsache kampf tempter bloß was ich bin zu nah an irgendeinem lach ist ob meine tür hier nicht so hochkackeln ach nee ich habe gerade ein bisschen schmerzen ich weiß nicht pokémon fans wissen vielleicht warum wenn sie diese beiden figuren sehen wenn jetzt zum belzoto klaren gehören sonst wenn ich war gesagt als zufall abzutun aber wenn sie dazu gehören dann drehe ich durch abtrünnige wache geht schon mal gut los na wen haben wir ja noch eine marionette von hauptmann captain coley bla 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 wer bist du ich bin was du sein wirst wenn du klug bist ein wirklich freier wohnung hier sind offenbar keine belzotos trotzdem jesse und james so rein optisch irgendwie total und die kämpfen beide gegen mich also es ist doch garantiert eine anspielung aber wie gesagt solange nicht belzoto dazugehören äh sind sie zumindest nicht direkt was sind sie zumindest nicht direkt teil von dem bösen team also nicht direkt eins zu eins kopiert wie sonst alles bei tempter eigentlich trotzdem ist mir zu zufällig um zufällig zu sein zu eindeutig um zufällig zu sein würde ich sagen natürlich ist klar aua oh es war knapp aber hat gereicht ich hätte ich noch tag warten müssen aufnehmen naja was soll es ich hatte keine folge mehr ich muss dort aufnehmen ey ey das kann halt ein neutraler schaden ich meine es ist total schwacher level aber bei 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 bei